Wer an den meist auftrainierten Hollywood-Star Chris Pratt, bekannt von zum Beispiel Jurassic World, denkt, dem fällt wohl nicht sofort der verfressene Kater Garfield ein. Und doch wird der 42-Jährige dem Cartoon-Kater in einem noch unbetitelten Animationsfilm seine Stimme leihen. Regie führt Mark Dindle von Himmel und Huhn, wobei Garfield-Schöpfer Jim Davis mit 76 als ausführender Produzent mit dabei ist. Der Cartoonist dachte sich 1978 den grießgrämigen Kater aus der Lasagne über alles liebt und jede Bewegung scheut. Garfield mausert sich zu einem der weltweit meist verbreiteten Comics. Er ist längst ein Filmstar und hatte schon 2004 und 2006 erste Kinoauftritte. In der Live-Action-Verfilmung Garfield sprach in der deutschen Fassung damals Thomas Gottschalk den Kater. Und wer weiß, vielleicht hat er ja wieder Zeit und Lust, das für die deutsche Fassung zu übernehmen. Top, die Wette gilt. Mein Leben wurde gerettet durch ein Wunder. Namens Lasagne.